Ich hätte was für Sie. Das SIROP-Projekt Unternehmensdialog ist wieder in der Steiermark. Quasi das exklusive Event für inklusive Köpfe. Worum geht es? Menschen mit Beeinträchtigung haben nicht nur Recht auf Arbeit, sondern haben auch Recht auf Teilhabe an der Wirtschaft und welche wirtschaftliche Kraft nämlich Menschen mit Beeinträchtigung in ihrem Job leisten können, das wollen wir ergründen anhand von Best-Practice-Beispielen. Die kommen von AT&S zum Beispiel. Die kommen aber auch vom Sparmarkt in Studenten, ein ganz kleiner Betrieb und die kommen auch vom Rogner Bad Blumer. Kommerzialrat Martin Essl als Initiator von SIROP-Projekt Unternehmensdialog wird auch mit dabei sein und Sie können gewinnen. Etwas ganz Exklusives. Andreas Onier, meinen ORF-Kollegen als Speaker. Er war auch erfolgreicher Schwimmer und ja, was er dazu zu sagen hat, das können Sie eben wie gesagt für Ihr Unternehmen gewinnen. Das SIROP-Projekt Unternehmensdialog am 24. November als Stream und Sie sind hoffentlich mit dabei.